Fast Level 9, Leute! Das war schon wieder ins 2. Das ist auch mal richtig schön, wieder Pokémon zu spielen, Leute. Ohne Nasslock. Ein Hut-Hut. Damit Feuerriegel gleich Level 9. Feuerriegel erreicht Level 9. Wieder ein Hut-Hut. Die Radfratz sind offenbar schon schlafen gegangen. Ein Hut-Hut. Keine Wurz. ... Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Das stärkste Hutu, das wir bisher gesehen haben Generell das stärkste Pokémon bisher Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Das wird dir jetzt leider auch nicht mehr helfen Ein Huthut Level 3 Das hat weh, war ein Volltreffer Das war's für funk, 2017 Das war's für funk, 2017 So, dann haben wir den Fleck auch durch Wir könnten jetzt hier runter Aber reden wir erstmal mit dir Ich wollte eine Pause einlegen Darum habe ich meinen Spielstank abgespeichert Das ist ein gewisser Hinweis heute Machen wir auch mal Wollte ich zwar eigentlich erstmal wieder die Route durchhaben Aber egal Dann machen wir es jetzt So, wir könnten da ins Haus Ich würde aber tatsächlich gerne erstmal hier runter Ah, Mist Ich dachte jetzt wären wir da links Okay Egal, dann kämpfen wir halt nochmal Oder auch nicht Gehen wir in das Haus hier hinein Verschiedene Pokémon tauchen hier auf Wenn du alles schnappen möchtest Dann musst du ihr bei suchen Du kannst die Stufen nicht hinaufklettern Du kannst sie aber hinabspringen Und sie als Abkürzung benutzen Route 46, Bergweg voraus Das wäre jetzt interessant, Leute Welche Pokémon hier kommen Auf die Gefahr hin, dass ich einmal unwichtig werde Andererseits Hier gab es auch einfache Tipps Und Feuerregel ist schon Level 9 Okay Welches Pokémon kommt hier? Ein Kleinstein Level 3 Mach zwei Punkte Schaden Wie viele Punkte Schaden machen wir? Wir machen mehr Silberblick, Leute Ja Das ist wieder besser Damit besiegen wir es Ein Radfahrts Level 3 Nein! Feueregel erreicht Level 10. Ein Kleinstein. Level 2. Yep, das geht. Volltreffer. Ein Radfratz. Bis jetzt bloß Radfratz und Kleinstein. Hier auf dieser Route. Hier auf dieser Route. Ja, und weiter kommen wir hier dann auch gar nicht. Ein Radfratz. Level 2. Das war ein Volltreffer, Leute. Das gefällt mir, dass wir so stark sind. Wir haben auch das 5-fache Level als das Radfratz. Und weg ist es. So, wir sind hiermit trainieren fertig. Gehen wir wieder runter. Ein Kleinstein kommt zum Schluss noch. Oh, Gott. würde ich noch mal einen Superblick machen. Das trifft leider ziemlich häufig. Wir gehen jetzt dann noch mal heilen, Leute. Das ist schon ein bisschen blöd. Aber geschafft! Gehen wir heilen. Die Musik gefällt mir auch richtig gut, Leute. Speichern wir hier noch mal. Wenn wir eh schon da rein zurück sind. Ein Level 4 Radfratz. Fast besiegt. Und das Torz-Silberblick. Ein Hut-Hut. Level 3. Das sollte dann mit Silberblick besiegt werden können. Mit einem Tackle. Oder auch nicht. Fast. Ein Hut-Hut. Oh, die Attacke ging daneben. Aber jetzt. Feuerregel erreicht. Level 11. Okay, dann geht es hier weiter. Kein Item. Hätte ja sein können. Ein wildes Hut-Hut-Hut. Ein wildes Hut-Hut. Fast. Fast. Fast! Ein Huthut! Ein Huthut! Ein Huthut! Ein Huthut! Fast! Ein Volltreffer, der zum Glück nicht allzu schlimm war. Ein Huthut! Ein Huthut! Ein Huthut! Ein Huthut!